Healy hat vor wenigen Tagen ein unfassbares Video rausgehauen. In dem geht es unter anderem um uns. Besonders subjektive Fernsehformate wie Simplicissimus, Fern und Funk. Aber falls ihr es nicht mitbekommen habt, erst ein kurzer Recap. Wir haben über Healy berichtet, eine üble Esoterikmasche aus Deutschland. Das Unternehmen verkauft über ein pyramidenförmiges, aber nicht verbotenes Multilevel-Marketing-System solche Geräte, die mithilfe von Quantentechnologie bei allen möglichen Beschwerden helfen sollen. Dafür soll in dem Gerät ein Quantensensor verbaut sein, ist er aber nicht. Healy-Vertriebler haben uns die absurdesten Versprechen gemacht. Zum Beispiel, dass der Healy unserer krebskranken Tante über 3000 Kilometer Distanz helfen könne. Der Konzern ist global aktiv und macht über 100 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Nach unseren Videos auf unserem englischsprachigen Kanal Fern hat Healy uns über eine internationale Großkanzlei verklagt. Wir haben uns darauf eingelassen und dann gab es viel Schriftverkehr hin und her mit unserem Anwalt Kai und OneUp an der Seite. Kai hat einige brutale Star-Wars-Vergleiche rausgehauen und trotz internationaler Großkanzlei und gut organisierter interner Rechtsabteilung mit umfassender Erfahrung aus über 25 Jahren im Direktvertrieb sah es am Ende wohl nicht gut aus für Healy. Der vorsitzende Richter des zuständigen Landgerichts hat mit Healys Anwälten telefoniert und meinte sinnbildlich vereinfacht gesagt, ihr könntet jetzt schon vor Gericht ziehen gegen die Jungs, aber eure Chancen stehen echt nicht gut. Diesen Rechtsstreit haben wir jetzt vor kurzem öffentlich gemacht. An der Stelle danke für euren unfassbaren Support. Wenige Tage vorher ist auf dem Healy World Kanal dieses Video online gegangen. Die Wahrheit über Healy World. Fakten gegen bloße Behauptungen. Zuletzt sah sich Healy World unbegründeter Kritik gegenüber. Die Verursacher sind wie so oft subjektive und sensationsorientierte YouTube-Formate wie Simplicissimus, Fern und Steuerung F. Interessanterweise geraten nun diese irreführenden Formate selbst in die Kritik. In den sozialen Medien werden ihre Glaubwürdigkeit und ihr Hang zur Sensationslust immer mehr hinterfragt. Weiter spricht der Konzern von irreführender Berichterstattung und einem Mangel an Beweisen. Das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Zum einen ist es fast schon amüsant, was diese Esoteriker hier versuchen. Zum anderen entlarvt es die Strategien des Konzerns deutlicher denn je. Zeit für die nächste Runde. Normalerweise würden wir solche Follow-up-Videos eher auf 2BG posten. Aber in diesem Fall wollen wir maximal viele Menschen erreichen. Aufgrund unserer unbändigen Sensationslust, versteht sich. Heelys Video kommt in ihrer Community sehr gut an. Viele Emojis, Herzen, Einhörner und allgemeine Boomer-Energy in den Kommentaren. Sehr schön. Der Konzern hätte Heely-tastische Arbeit gemacht. Heely antwortet stilgerecht mit Emojis und vielen Ausrufezeichen. Eine Kundin beschwert sich allerdings auch, dass in ihrem Heely, den sie seit zwei Jahren besitzt, ja, anders als behauptet, gar kein Quantensensor verbaut sei. In ihren Worten, ich hab wirklich versucht, daran zu glauben. Aber jetzt kann ich das nicht mehr. Es tut mir wirklich leid. Es war eine schöne Idee. In diesem Fall gibt Heely seltsamerweise nur eine eher generische Kundensupport-Antwort. Noch seltsamer, der Kommentar scheint seit einigen Tagen einfach verschwunden zu sein. Ansonsten konnten wir unter dem Video keine Kritik finden. Die Kommentarspalte wurde pausiert. Unser Highlight ist ein älterer Kunde, der behauptet, Heely hätte ihm nach einem Sturz bei seinem Nasenbruch geholfen. Apropos Nasenbruch, im letzten Video zu dem Unternehmen ging es ja viel darum, wie Heely von Kai schlafen gelegt wurde. Kasse euch! In diesem Fall natürlich unfreiwillig. Aber guter Schlaf ist enorm wichtig und man braucht das passende Equipment. Ihr könnt es euch vielleicht denken, Emma ist hier selbstverständlich die Anlaufstelle. Es ist Frühling, es wird wärmer. Bei Emma könnt ihr euch leichte Decken gönnen, mit abnehmbaren Bezügen zum Waschen und mit einer kühlenden Wirkung. Gute Kissen und Matratzen können helfen, falls ihr öfter mal Nacken- oder Rückenschmerzen habt. Ganz persönlich feiern wir Emmas Gewichtsdecke unnormal. Man fühlt sich quasi durchweg umarmt, gleichzeitig wird einem aber nicht zu heiß. Bis zum 2. Mai gibt es bei Emma einen großen Frühlings-Sale mit bis zu 50% Rabatt auf unterschiedlichste Produkte. Mit dem Code SIMPLY kriegt ihr noch mal 5% Rabatt obendrauf. Der Versand ist kostenlos und ihr könnt die Matratzen bis zu 100 Nächte risikofrei Probe schlafen. Scannt jetzt diesen QR-Code oder klickt auf den Link in der Beschreibung. Aber nun zum Video selbst. Zuletzt war Heely unsachliche Kritik ausgesetzt. Die Akteure, wieder einmal, besonders subjektive Fernsehformate wie Simplicissimus, Fern und Funk. Okay, wir sind zwar kein Fernsehformat, Funk auch nicht, Funk ist ein Netzwerk, aber hey, wahrscheinlich meinten sie hier STRG-F, die schon eine Reportage zu Heely hochgeladen haben, als wir noch in der Recherche steckten. Parallel zu dem Satz werden irgendwelche Artikelauszüge eingeblendet. Kritik an Funk allgemein, warum kurz gesagt MyLab und wir nicht mehr bei Funk sind, einen Übermedienartikel zu Funks Reportageformaten, was zu der Joko und Klaas Geschichte damals, dazu Berichterstattung rund um Rezos Kritik an STRG-F. Diese Headlines hängen nicht mit uns zusammen. Außer, dass unser Simpli-Kanal mal bei Funk war, es aber seit knapp zwei Jahren nicht mehr ist. Sie belegen nicht, dass unsere Kritik an Heely unsachlich wäre oder unsere Formate besonders subjektiv. Hier zeigen sie ein Thumbnail einer Kritik an uns von Imp von vor fast vier Jahren. Da ging es um gänzlich andere Dinge, zu denen wir damals ausführlich Stellung bezogen haben. Wir stehen also in der Gegenwart nicht am Pranger, weil sich derzeit irgendeine Diskussion angeblich verselbstständigt. Andere Kritik an uns konnte Heely auf die Schnelle wohl leider nicht finden. Dabei hätte sich die BILD mit Agitprop doch eigentlich angeboten. Wir werden visuell mit der jüngsten Kritik an STRG-F in einen Topf geworfen, obwohl unsere Formate nichts miteinander zu tun haben. STRG-F steht zu Recht in der Kritik rund um ihren Umgang mit Rezo. Für ihre Doku zu Heely wurden sie aber überhaupt nicht kritisiert im Zuge dieser Affäre. Und an der Reportage ist auch nichts auszusetzen. Sie featuret unter anderem die Jungs von Science Cops, die einen phänomenalen Podcast zu Heely produziert haben. Die Reporter versuchen sogar, Heely und Schmieke vor Ort zu konfrontieren. Wir durften tatsächlich kurz mal unter funkelnden, grunen Leuchtern auf Markus Schmieke warten. Das hieß dann, er kommt noch. Dann hat man ihn aber scheinbar kurz mal angerufen. Und jetzt sind wir wieder draußen. Wir haben STRG-F bei der Gelegenheit mal gefragt, ob sie eigentlich auch Post von Heely bekommen haben. Und oh oh, haben sie halt tatsächlich. Es gab einen Antrag auf einstweilige Verfügung nach ihrer Berichterstattung. Doch das Landgericht in Berlin hat dann Bedenken gegen den Erlass geäußert. Ganz ähnlich wie bei uns anscheinend. Und dann hat die Gegenseite, also Heely, den Verfügungsantrag zurückgenommen und die auferlegten Verfahrenskosten gezahlt. Das macht dann schon zwei bekannte Fälle. Ob es noch mehr gibt? Im Prinzip ist das, was Heely hier macht, klassischer Whataboutism. Man verweist auf unzusammenhängende Kritik an STRG-F, welche ihre Reportage über Heely aber nicht entkräftet. Selbst wenn man STRG-Fs Arbeit kritisch sieht, muss man schon klar belegen, welche Aussagen in ihrem Video denn konkret falsch sein sollen. So ein allgemeiner Schleier des Misstrauens reicht da einfach nicht. Besonders subjektiv formuliert, für uns ein ziemlicher Akt der Verzweiflung, nachdem man mit rechtlichen Mitteln de facto nichts erreicht hat. Im Anschluss betont Heely, dass sie als Medizingerät zertifiziert seien und Audits nach der Richtlinie 93-42-EWG unterliegen und der ISO-Norm 13485. Außerdem hat der Heely eine CE-Kennzeichnung. Wir haben keinmal gefragt, was das eigentlich jeweils genau bedeutet. Und er sagt, CE-Kennzeichnungen und Zertifizierungen nach der ISO 13485 und auch die Konformitätserklärung nach der Richtlinie 93-42-EWG sind keine behördlichen Zertifizierungen, bei denen der Staat quasi die Wirksamkeit eines Gerätes prüft und es für gut befindet. Vielmehr geht es dabei um Produktsicherheitsaspekte, Qualitätsmanagement und technische Vorgaben. Die Konformitätserklärung erfolgt durch das Unternehmen selbst beziehungsweise unter Mitwirkung einer sogenannten benannten Stelle. Vielleicht auch interessant ist, dass die Richtlinie 93-42-EWG kurz nach der Erstellung des Zertifikats für Heely durch die inzwischen viel strengere Medizingeräteverordnung ersetzt wurde. Wir haben in unserer Berichterstattung nie angezweifelt, dass Heely als Medizinprodukt zugelassen ist. Wir haben vielmehr festgestellt, dass in dieser Zulassung nicht staatlich oder durch die EU geprüft wird, ob das Gerät tatsächlich wirksam ist. Nichts davon hat Heely widerlegt. Anders gesagt, Diese Zertifizierungen jetzt erneut breitzutreten, entkräftet unsere Kritik nicht. Das wirkt in diesem Kontext wie ein Strommann. Dann geht es um den Kompensationsplan. Unsere Kritik war, dass er übermäßig kompliziert ist und mit großen Summen lockt, die für den drastischen Großteil der Verkäufer wohl nicht erreichbar sind. Laut Heely wurde er Das würde für finanzielle Sicherheit und rechtliche Klarheit sorgen. Aber hm, in jedem Land eine behördliche Freigabe? Wir haben Heely gefragt, welche behördliche Freigabe für ihren Vergütungsplan denn in Deutschland und der EU erfolgt sei. Leider hat uns der Konzern das bisher nicht beantwortet. In der Regel ist die Teilnahme an einem MLM-System keine finanziell sichere Angelegenheit. Wieder nichts davon entkräftet unsere Kritik. Zu guter Letzt folgt der Konzern nach eigenen Aussagen den Auflagen der lokalen Direktvertriebsverbände. Auch hier haben wir mal genauer nachgehakt. Welcher Verband in Deutschland? Was sind das für Auflagen? Wie wurden die umgesetzt? Auch hier bisher leider keine Antwort. Okay, jetzt wird es richtig geschickt. Die Wirksamkeit des Heely stützt sich seit jeher auf zahlreiche öffentlich verfügbare Studien. Klingt ja super, aber lest den Satz mal genauer. Oh, da fehlt dir ein Wort. Unabhängige. Und das ist natürlich das Entscheidende. Nach solchen unabhängigen Studien haben wir Heely gefragt. Sie haben uns keine einzige genannt. Also haben wir es nochmal probiert. Keine Antwort bisher. Aber es wird noch wilder. Zusätzlich haben wir dies durch eine externe PCMF-Studie gestützt. Das Wort extern wird hier benutzt, weil auch diese Studie nicht unabhängig ist. PCMF-Studien sollen die Marktkonformität untermauern. Das ist uns gelungen. Was rausgekommen ist? Die Verbesserung der Lebensqualität durch Mikrostromtherapie. Das sind die Fakten, auf die wir bauen. Wir haben Heelys Studien einfach mal Jonathan Jerry gezeigt. Das ist der echte Wissenschaftler, bei dem Heely anzweifelt, dass er Wissenschaftler ist. At one point the opposing party questioned if you were in fact a real scientist. No, I just play one on TV. Yes, I'm a real scientist. I have an undergraduate in biochemistry. I have a master's degree in molecular biology. You can look up my name on PubMed. You will find a bunch of papers on which I've been an author. I am a real scientist, in the flesh, very real. Jonathans Urteil zu den Studien ist leider aber durchaus erwartbar vernichtend. Steigen wir da mal ein, weil es allgemein spannend ist, woran man man mangelhafte Studien eigentlich erkennen kann. All of these studies were sponsored by and conducted by Heely, which of course has a financial incentive in getting positive results. Und wer hat dort mitgemacht? Nicht nur das. Viele der Studien hatten einen Anreiz, wie zum Beispiel den Zugang zu einem neuen Heely-Programm für ein Jahr. Das motiviert laut Jerry potenziell die Teilnehmer, es den Experimentatoren recht zu machen und zu berichten, dass es ihnen besser gehe. Viele der Studien hatten keine Kontrollgruppe. Das heißt, man hat die angeblichen positiven Erfahrungen der Leute, die den Heely genutzt haben, nicht mit Leuten verglichen, die ihn im gleichen Zeitraum nicht verwendet haben. Und wenn es eine Kontrollgruppe gab, handelte es sich um eine Wartelisten-Kontrollgruppe. Diesen Teilnehmern wurde während der Studie gesagt, den Heely nicht zu verwenden. Sie wussten also, dass sie in dieser Gruppe waren. Es gab keine Verblindung. Und laut Jerry ein großes Problem. Keine dieser Studien hat ein Placebo genutzt. Heißt, in keiner der Studien wurde einer Teilnehmergruppe zum Test Heelys gegeben, die zwar funktionsmäßig aussahen, aber keine Frequenzen ausgestrahlt haben. Jerry sieht noch weitere Probleme. Die angewandten Fragenkataloge zum Beispiel. Die seien schwammig, weil sie teils völlig unterschiedliche Symptome innerhalb einer Gruppe messen. Teilnehmer konnten sich zum Teil einfach bis zu drei Probleme aussuchen, bei denen der Heely helfen sollte. Dazu wurde nicht sichergestellt, dass die Gruppen vergleichbar waren, wenn es denn Kontrollgruppen gab. Und es wurde häufig nicht sichergestellt, ob Teilnehmer den Heely auch wirklich genutzt haben. Nun kann man sich fragen, warum diese Studien so viele offensichtliche Schwächen aufweisen. Heely hätte im Angesicht der enormen Umsätze sicherlich das Geld, vernünftige Studien zu finanzieren. Wir haben nachgefragt. Warum keine Verblindung? Warum nicht Placebo kontrolliert? Warum mit Bestandskunden? Warum Inzentivierung? So viele Fragen, bisher keine Antworten. Heely verweist in ihrem Video dann auf ihre Website und den Bereich Wissenschaft. Die Heely World Webseite und dort den Bereich Wissenschaft. Wenn man hier runterscrollt, schreiben sie, wie schon in unserem Originalvideo festgestellt, selber, dass die Wissenschaft ihre Theorien nicht anerkennt. Die Wissenschaft erkennt die Existenz des Informationsfeldes, die Analyse und Harmonisierung damit und seine sonstige Bedeutung nicht an, da keine wissenschaftliche Evidenz vorhanden ist. Die individualisierten Mikrostromfrequenzprogramme des Heely, die Quantenpotenzialfrequenzen der Heely-Coil und die Magnetfeldprogramme von MacHeely werden von der Schulmedizin nicht anerkannt, da wissenschaftliche Evidenz im Sinne der Schulmedizin fehlt. Weiter mit dem Video. Unsere Gesellschaft der Struktur entspricht der geltenden Gesetzgebung und folgt den entsprechenden Normen. Für unsere Jahresabschlüsse und Audits unterliegen wir den Vorgaben des Handelsgesetzbuches und des Steuerrechts. Wir stellen so sicher, dass unser Geschäftsmodell nicht nur marktüblich, sondern regelkonform ist. Unserer Meinung nach noch ein Strohmann. Wir haben nie behauptet, die Gesellschaft der Struktur wäre illegal. Auch den Jahresabschluss an sich haben wir nicht in Frage gestellt. Wir haben ihn genutzt, um zu verdeutlichen, dass Heely für ein Unternehmen, das angeblich ein technologisch-innovatives Produkt verkauft, anteilig, auffällig wenig Geld für Forschung und Entwicklung ausgibt und sehr, sehr viel für den Vertrieb. Der Steuerberater Christoph Juhn hat uns bestätigt, dass das Ausgabenmuster in der Hinsicht unüblich ist. Wir haben außerdem die Frage in den Raum gestellt, warum Millionen an den Unternehmen in Bratislava geflossen sind, dass Hauptanteilseigner Christian Halper und Katharina Schmieke gehört. Diese Frage wollte Heely uns damals nicht beantworten. Und tun sie auch in ihrem Video nicht. Dann geht es darum, dass Heely ihre Direktvertriebler angeblich gut schult. Die Erfahrung haben wir nicht gemacht. Wir haben daraufhin in den Raum gestellt, dass das angebliche Compliance-Team wohl keine gute Arbeit leistet, da es wahnsinnig viele Fehlinformationen und falsche Heilsversprechen zum Heely online gibt. Auch dieses Video stellt nicht klar, was das Compliance-Team denn jetzt eigentlich tut und wie wirksam es ist. Aber das Beste zum Schluss. Heely erklärt, wie angebliche Irreführung in Berichten auf YouTube zu erkennen sei. Es werden schwammige Formulierungen benutzt. Vielleicht möglicherweise. Es ist wahrscheinlich. Es könnte sein. Und wir haben kein klares Bild. Wir wissen nicht. Naja, das nennt man sauberes journalistisches Arbeiten. Was man nicht klar belegen kann, formuliert man auch nicht als unumstößlichen Fakt. Ein Beispiel. Im Heely ist kein Quantensensor verbaut. Das sagen wir so, weil halt keiner verbaut ist. Und jetzt im Gegensatz. Wir wissen nicht, für welche Lizenz, Dienstleistung oder Produkt Heely so viel Geld an das Unternehmen in der Slowakei bezahlt. Es könnte sich um eine Dienstleistung handeln. Oder wie Jun vermutet, vielleicht um eine Lizenz. Das bezieht sich jeweils auf die 4,28 Millionen, die an die Firma in Bratislava geflossen sind. Das formulieren wir so, weil Heely uns nicht sagen wollte, wofür das Geld ist. Noch ein Beispiel. Wir wissen nicht, wie dieses Geld genau verteilt ist. Aber wir vermuten, dass es wahrscheinlich nach oben fließt. Aber warte. Heely wollte wegen angeblicher Datenschutzbedenken nicht offenlegen, wie die Provisionen verteilt sind. Ha. Hier scheint sich ein Muster zu ergeben. Heely hatte die Chance, Unklarheiten klarzustellen, haben sie aber trotz Anfrage nicht. Zum nächsten Punkt. Im Video gibt es einen Hinweis aus rechtlichen Gründen, dass es sich nur um die Meinung der Autoren handelt und nicht um belegbare Tatsachen und Fakten. Ihr seht, persönliche Meinung ohne Belege. Wahrscheinlich meinen sie diesen Disclaimer. Der erklärt tatsächlich, dass wir es persönlich als Betrug empfinden, wie Menschen durch Heelys MLM-Vertriebler immer wieder in die Irre geführt werden. Die Empfindung als Betrug ist subjektiv. Wir haben keine juristische Prüfung vorgenommen. Aber dass Menschen in die Irre geführt werden, belegen wir glasklar. Wir haben diese Erfahrung selbst gemacht. Außerdem haben wir zahllose Beispiele aus sozialen Medien gesammelt. Also eben nicht persönliche Meinung ohne Belege, sondern persönliche Meinung auf der Basis von Belegen und klar als solche ausformuliert. Das wohl Lächerlichste kommt noch. Jeder der Beiträge ist mit dem Satz voice actor reading a transcript of memory gekennzeichnet. Also, Synchronsprecher liest eine Abschrift einer Erinnerung. Auch hier keine belegbaren Hinweise auf Personen oder Zusammenhänge. Diese Formulierung hat Heely wohl aus unserem englischsprachigen Original. Aber, hm, etwas weird übersetzt haben sie das schon. In unserem deutschen Video verwenden wir ja klar den Begriff Gedächtnisprotokoll. Und Gedächtnisprotokolle sind wiederum journalistischer Standard bei Undercover-Recherchen. Wir dürfen den Ton in solchen Situationen schlicht nicht aufzeichnen. Daher das Protokoll. In unserem Video halten wir die Heely-Verkäufer, mit denen wir gesprochen haben, bewusst anonym. Diese dicke Textkachel ist vor allem so herrlich, weil so viel davon eigentlich Heelys Playbook entspricht. Zahllose rechtliche Disclaimer zur eigenen Absicherung. Schwammige, nichtssagende Formulierungen überall, um mutmaßlich die Wirkungslosigkeit des eigenen Produktes zu verschleiern. Bei Heely World verfolgen wir eine klare Vision. Qualität, Ethik, Transparenz und wissenschaftliche Integrität. Dazu können wir nur sagen, 30 bis 50 Euro Materialwert, Verkaufspreis bis zu 4.000 Euro, falsche Heilsversprechen zum eigenen Produkt überall im Internet, zahllose unbeantwortete Fragen und ein Disclaimer, der unten auf der Page Wissenschaft klarstellt, dass diese ganzen Theorien mit Wissenschaft nichts zu tun haben. Nur mal so, die Verbraucherzentrale warnt übrigens mittlerweile vor Heely, nachdem das Unternehmen sehr häufig gemeldet wurde. Cheers! Hey, hoffentlich hat euch dieses Update gefallen. Was denkt ihr zu der ganzen Geschichte? Schaut unbedingt bei Emma vorbei und gönnt euch krasse Rabatte auf wirklich gute Produkte. Ansonsten bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.